Musik Seit 175 Jahren gibt es die Pauline Schule und seit nicht ganz so langer Zeit grillt das Selene Weber Brustgeleg für das Sommerfest hier auf dem Platz. Bei uns in der Schule wurde das Grill gut vorbereitet. Was gibt es heute denn leckeres zu essen? Einmal Würstchen, Geflügel oder Schwein einmal im Brötchen. Dann gibt es auch noch Hähnchenschnitzel auch im Brötchen und Nackensteaks ebenfalls im Brötchen und nur für kurze Zeit auch Chicken Wings. Schulleiter Andreas Czorni erläutert, warum wir uns an diesem Sommerfest beteiligen. Wir haben seit Jahren eine Kooperation zwischen dem Elene Weber Brustgeleg und der Pauline Schule durch zwei Kolleginnen, ein Ehepaar, was an beiden Schulen tätig war. Einmal die Marillis und der Reinhard Kroll. Und die beiden haben diese Kooperation begründet und in ihrem Gedenken machen wir dies jetzt seit weiteren Jahren, Jahr für Jahr. Und gerade besonders natürlich bei diesem Jubiläum, 175 Jahre Pauline, ist es uns eine Freude und Ehre, hier diese Tradition weiter zu verfolgen. Wir werden gesponsert von der Firma Timmer aus Mantinghausen, Borgmeier aus Dellbrück und der Firma AWO. Ich möchte mich ganz, ganz ausdrücklich beim Elene Weber Berufskolleg bedanken, die für uns mit ganz viel Anmerkung grillen. Sie werden nachher sehen, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Elene grillt für Pauline. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.